Guten Tag meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Das Hohelied Salomos wird als eines der schönsten, vielschichtigsten und literarisch gesehen besten Werke in der Weltliteratur beschrieben. Es ist in der Tat ein Meisterwerk und es gibt, ich möchte einmal sagen, Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Interpretationsversuchen, um zu erklären, was mit diesem Lied Salomos gemeint ist. Denn heute geht es mir nicht darum, alle diese Interpretationsversuche Ihnen aufzuzeigen, das ist vielleicht Gegenstand einer weiteren Predigt. Ich möchte heute in unserer Serie über Sex in der Bibel ein wenig auf Aussagen eingehen im Buch Hohelied, die man sehr buchstäblich ansehen muss. Einige haben ja versucht, das Lied nur figurativ zu sehen, die buchstäbliche Anwendung hinweg zu diskutieren, zu sagen, es bezüge sich lediglich auf die Ehe Jesu Christi mit der Kirche. Ein Aspekt, der sicherlich in diesem Lied zum Ausdruck kommt, aber es geht eben um weit mehr. Und ich möchte hier zunächst einmal sagen, dass es sich bei dem Hohelied oder Hohes Lied um Beziehungen zwischen Ehemann und Ehefrau in der Ehe geht. Und natürlich auch gewisse Rückblenden. Und es werden dann zum Beispiel auch Situationen beschrieben, als die beiden sich kennenlernten oder auch die Hochzeitsnacht. Aber es geht um eine buchstäbliche Beschreibung der Ehe. Und von dieser Worte aus gesehen, schauen wir uns einige Stellen im Buch Hohelied einmal an. Hohelied, Kapitel 2 und in Vers 16. Hohes Lied, Kapitel 2 und Vers 16. Da sagt die Frau, die Braut, die Geliebte, Mein Freund ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Hier wird also eine enge Beziehung beschrieben zwischen Ehemann und Ehefrau. Und die Tatsache, dass er unter den Lilien weidet, deutet auch bereits noch auf eine weitere emotionale und physische Beziehung hin. Aber achten Sie darauf, wie der Ehemann beschrieben wird und die Ehefrau. Sie werden als Freunde beschrieben. Freundschaft muss bestehen innerhalb der Ehe. Wenn man wie Hund und Katze miteinander lebt, und selbst die haben manchmal freundschaftliche Beziehungen, wenn sie miteinander großgewachsen sind und geworden sind, aber wie man das so normalerweise sich anschaut, kann natürlich eine Ehe nicht funktionieren. Es muss also Freundschaft vorhanden sein. Sie lieben sich, wie es heißt. Sie sind sich zueinander gehörig anzusehen. In Kapitel 4, Hohes Lied Kapitel 4 und in Vers 9. Schauen Sie auch hier, was der Bräutigam zu seiner Braut sagt. Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester. Also hier wird ganz deutlich auch wiederum eine freundschaftliche Beziehung angesprochen, wie sie zwischen Bruder und Schwester bestehen sollte, im Idealfall. Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, liebe Braut. Du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen, mit einer einzigen Kette an deinem Hals. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Deine Liebe ist lieblicher als Wein, und der Geruch deiner Salben übertrifft alle Gewürze. Von deinen Lippen, meine Braut, träufelt Honigseim. Honig und Milch sind unter deiner Zunge, und der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon. Vers 12. Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Born. Andeutend, dass vorehelicher Geschlechtsverkehr nicht das ist, was Gott von einer wahren Ehe sich so ansieht. Er will, dass eine Braut eben in verschlossenem Zustande sozusagen in die Ehe eingeht. Nun, heute ist das in den meisten Fällen nicht mehr der Fall. Und wie ich ja schon vielfach gesagt habe, Gott vergibt Sünde, wenn man sie bereut. Aber ich möchte hier klarstellen, dass wenn jemand noch nicht diese Sünde begangen hat, er oder sie sie nicht begehen soll. Denn hier wird klar und deutlich gesagt, wie eine wahre Ehe im Hinblick auf das, was Gott uns sagt, beginnen sollte. Wir lesen auch in Kapitel 7, Hohes Lied, Kapitel 7, in Vers 1. Hohes Lied, Kapitel 7 und Vers 1. Und dann wird die Betrachtung weiter fortgesetzt und in Vers 11 gibt dann Sulamit die Antwort. Wie ich dies vorher schon gesagt habe, hier wird ein Bruch geheilt sozusagen. Im ersten Buch Mose sagte Gott nämlich, dass die Frau Verlangen haben wird zu ihrem Mann. Und hier sagt die Frau, dass ihr Mann auch Verlangen hat zu ihr. Nun, man sollte dies auch ganz wörtlich nehmen. Dieses Verlangen, von dem hier die Rede ist, ist nicht nur ein emotionales Verlangen. Es geht auch um, wie ich schon mehrfach gesagt habe, Sex in der Ehe. Es geht um eine sexuelle Beziehung. Die Idee, dass eine Ehe total platonisch sein kann und sein sollte, weil Ehe irgendwie lediglich dazu dient, um Kinder zu gebären und Sex ist irgendwie beschmutzt und nur eine vielleicht Notwendigkeit, aber man sollte sich vielleicht mehr diesem puritanischen Denken zuwenden, wonach man eben keinen Sex haben soll. Und wenn man ihn hat, dann auf keinen Fall sollte man sich darüber freuen, ihn genießen. Ist im totalen krassesten Gegensatz zu dem, was die Bibel sagt. Es besteht eine Verpflichtung, wie wir das noch sehen werden, zwischen Ehemann und Ehefrau, sexuelle Beziehungen innerhalb der Ehe zu haben, wenn dies möglich ist. Diese Idee, dass man platonisch leben sollte, die ist eine total verkehrte. Die stammt von Satan, dem Teufel, wie wir dies bereits gesehen hatten. Es war Satan, der das Schamgefühl in den Menschen gepflanzt hatte. Dieses Schamgefühl war nicht vorhanden, als Gott Adam und Eva erschuf. Nun kehren wir uns jetzt zu Kapitel 8 und lesen wir die Verse 6 und 7. Hohes Lied, Kapitel 8, die Verse 6 und 7. Da heißt es, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen. Schauen Sie mit welcher Wucht Salomo hier die wahre Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau in der Ehe beschreibt. Und wenn Sie verheiratet sind, dann fragen Sie sich, besteht eine solche Liebe in Ihrem Eheverhältnis? Und wenn Sie noch nicht verheiratet sind, aber heiraten wollen, dann fragen Sie sich, sind Sie bereit, eine solche Liebe zu pflegen, zu geben und entgegenzunehmen? Und dann schauen wir uns die Tatsache an, zurückkehrend zu Hohes Lied, Kapitel 1. Und in Vers 2, dass diese Liebe auch ganz physisch gesehen zum Ausdruck gebracht werden muss. Es heißt in Hohes Lied, Kapitel 1, in Vers 2, Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes, denn deine Liebe ist lieblicher als Wein. Und ich meine, das kann man nicht einfach nur jetzt figurativ sehen. Es geht hier ganz spezifisch und ganz krass ausgesprochen um eine sexuelle Beziehung. Die wird noch viel deutlicher beschrieben im 4. Kapitel. Hohes Lied, Kapitel 4, die Verse 5 und 6. Und wie gesagt, einige, die sich so den puritanischen Gedankengut anvertraut haben, die würden solche Stellen erst gar nicht lesen wollen. Weil sie meinen ja, so Sex ist ja irgendwie schlecht und schmutzig. Deine beiden Brüste sind wie junge Zwillinge von Gazellen, die unter den Lilien weiden. Bis der Tag kühl wird und die Schatten schwinden, will ich zum Mürrenberge gehen und zum Weihrauchhügel. Und ich glaube nicht, dass ich hier noch weitere Bemerkungen machen muss, um anzudeuten, was hier beschrieben steht. Und dann lesen wir in Vers 16. Und das wird hier so angesehen, dass die Hochzeitsnacht beschrieben wird. Und der, der hier spricht, ist Gott, der jetzt dem jungen Ehepaar Folgendes sagt. Stehe auf, Nordwind, und komme, Südwind, und wehe durch meinen Garten. Und das sagt jetzt allerdings in diesem Falle die Braut. Dass der Duft seiner Gewürze ströme. Mein Freund komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Und dann in Kapitel 5 und Vers 1. Ich bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten. Ich habe meine Mürre samt meinen Gewürzen gepflückt. Ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen. Ich habe meinen Wein samt meiner Milch getrunken. Und jetzt ist es die direkte Aussage von Gott, der sagt, esst, meine Freunde, und trinkt und werdet trunken von Liebe. Also auch hier wiederum geht es klar und deutlich nicht darum, dass Sex oder eine sexuelle Beziehung in der Ehe verkehrt sei, schlecht sei, dass man die irgendwie nicht pflegen dürfe. Ich habe nur diese Stellen aus dem Hohelied Ihnen vorlesen wollen, um zu zeigen, wie Gott hierüber denkt. Und nun schauen wir uns das Buch Prediger an, auch wiederum ein Buch von Salomo geschrieben. Das Buch Prediger in Kapitel 9 und in Vers 9, wie ich dies hier in der letzten Sendung bereits gesagt habe, in der hebräischen Bibel ist die Reihenfolge ja eine etwas andere, wie das hier so dargestellt wird. In der hebräischen Bibel wird zunächst einmal das Buch der Psalmen niedergelegt und dann Sprüche und dann Hiob und dann das Hohelied. Und das folgt dann mit Ruth, Klagelieder, Prediger und Esther, sodass wir uns jetzt das Buch Prediger anschauen wollen, in der Reihenfolge, wie eben die Bibel sexuelle Beziehungen beschreibt, in Kapitel 9 und in Vers 9. Prediger 9 und Vers 9. Und hier sagt Gott, der jetzt Salomo inspiriert, dieses zu schreiben, Genieße das Leben mit deinem Weibe, das du lieb hast, solange du das eitel Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Also wir sollen unsere Frau, wenn wir Männer sind, lieben. Und natürlich soll die Frau auch den Mann lieben. Schauen Sie, innerhalb der Ehe soll dies der Fall sein. Und wenn das wirklich so praktiziert wird, dann wird all das, was wir jetzt im Buch der Sprüche lesen werden, keinerlei Rolle spielen in unserem Leben. Aber wenn das nicht praktiziert wird, wenn alles das, was wir jetzt zum Beispiel Buch Hohelied gelesen haben, oder auch diese Stelle hier im Buch Prediger, wenn das irgendwie nicht eine Rolle spielt in unserem Leben, dann besteht die Gefahr, dass das geschieht, wovor das Buch der Sprüche warnt. Auch wiederum von Salomo geschrieben. Und ich hatte ja bereits eine Predigt von Salomo gegeben. Und es ist paradox vielleicht, dass Salomo alles dies so wusste und erkannte und gleichwohl aber nicht in der Lage war, das dann auch anzuwenden in seinem eigenen Leben. Er hat also gut anderen gegenüber diese Dinge vorgetragen, untergöttliche Inspiration, aber er hatte nicht die geistige Kraft, so zu leben, wie er selbst es anderen gegenüber zum Ausdruck gebracht hat. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, wir können vielleicht sehr gut sein, andere zu lehren oder zu belehren, aber wie sieht es in unserem eigenen Leben aus? Im Buch Sprüche, Kapitel 5. Sprüche, Kapitel 5. Angefangen in Vers 3. Sprüche, Kapitel 5 und angefangen in Vers 3. Die Lippen der fremden Frau, also nicht der eigenen, der fremden Frau, sind süß wie Honigsein. Und ihre Kehle ist glatter als Öl. Hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße laufen zum Tode hinab. Ihre Schritte führen ins Totenreich. Dass du den Weg des Lebens nicht wahrnimmst, haltlos in ihre Tritte und du merkst es nicht. Also derjenige, der sich jetzt von dieser fremden Frau angesprochen fühlt. In Vers 8. Lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses. Vers 15. Im gleichen Kapitel. Sprüche 5 und Vers 15. Trinke Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen. Mit anderen Worten, pflege die Liebe mit deiner Frau und kehre dich nicht an andere Frauen. Vers 16. Denn sollen deine Quellen herausfließen auf die Straße und deine Wasserbäche auf die Gassen? Habe du sie allein und kein Fremder mit dir. Auch hier wiederum eine Warnung an die Frau, sich nicht auf andere Beziehungen einzulassen. Interessanterweise hat mir gerade heute Morgen jemand einen Artikel geschrieben, wonach Psychologen jetzt gewissen Frauen raten, dass sie doch Affären haben sollten mit anderen Männern. Das sind so diese Psychologen, die angeblich so die Wahrheit kennen. Es geht hier weiter in Vers 18. Vers 20. Mein Sohn, warum willst du dich an der Fremden ergötzen und herztest eine andere? Und wie Salomo hier seinem eigenen Sohn sagt, das ist Torheit. Das ist total verkehrt. Aber wie gesagt, das Problem war, dass Salomo nicht das praktiziert hat, was er seine Kinder lehrte. Und man sollte sich daher nicht wundern, dass die Kinder dann auch auf die falschen Abwege gelangt sind und ihrem Vater in dieser falschen Weise gefolgt sind. Man kann zwar lehren, aber wenn man nicht das tut, was man sagt, dann werden die Kinder einem auch nicht unbedingt Gehör schenken wollen. In Sprüche 6 lesen wir Vers 23. Was hat Christus später gesagt im Neuen Testament? Wer eine andere Frau ansieht mit bösen Gedanken, der hat bereits schon seine Ehe gebrochen in seinem Herzen. Salomo sagt hier dasselbe. Lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen und lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider. Denn eine Hure bringt einen nur ums Brot, aber eines anderen Ehefrau um das kostbare Leben. Kann auch jemand ein Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen? Oder könnte jemand auf Kohlen gehen, ohne dass seine Füße verbrannt werden? So geht es dem, der zu seines nächsten Frau geht. Es bleibt keiner ungestraft, der sie berührt. Und dann in Vers 32. Wer mit einer Verheirateten die Ehe bricht, der ist von Sinnen. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Nun heute sagt man auch, das ist doch keine großartige Sache. Das ist schon fast gang und gäbe, dass man so Affären hat mit anderen. Nun die Bibel sieht das ganz anders. Gott sieht das ganz anders. Und wie ich schon des Öfteren gesagt habe, Sünde hat automatische Konsequenzen. Ganz automatisch. Da bedarf es natürlich einmal ein direktes Eingreifen Gottes. Sünde hat automatische Konsequenzen. Und viele haben dies am eigenen Leibe erfahren müssen. In Sprüche 7 lesen wir angefangen in Vers 4. Sprich zur Weisheit, Sprüche 7 und Vers 4. Sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester. Und nenne die Klugheit, deine Freundin, dass sie dich behüte vor der Frau des Anderen, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. Denn am Fenster meines Hauses guckte ich durchs Gitter und sah einen unter den Unverständigen und erblickte unter den jungen Leuten einen törichten Jüngling. Der ging über die Gasse zu ihrer Ecke und schritt daher auf dem Wege zu ihrem Hause in der Dämmerung, am Abend des Tages, als es Nacht wurde und dunkel war. Und sehe, da begegnete ihm eine Frau im Hohengewand, lustig, wild, unbändig, dass ihre Füße nicht in ihrem Hause bleiben können. Nebenbei gesagt, wenn sie die Tendenz haben, nicht im Hause bleiben zu können, immer irgendwo hingehen zu müssen, dann sollten sie sich auch hier warnen lassen. Denn vor allen Dingen des Nachts über begibt man sich manchmal in Situationen, in die man sich nicht begeben sollte. Es heißt hier in Vers 12, jetzt ist sie draußen, jetzt auf der Gasse. Lauert an allen Ecken und sie erwischt ihn, küsst ihn, wird dreist und spricht. Ich hatte Dankopfer zu bringen. Heute habe ich meine Gelübde erfüllt. Darum bin ich ausgegangen dir entgegen, um nach dir zu suchen und habe dich gefunden. Schmeicheleien werden hier zum Ausdruck gebracht. Ich habe mein Bett schön gemacht mit bunten Decken aus Ägypten. Ich habe mein Lager mit Mürre besprengt, mit Alue und Zemt. Komm, lass uns kosen bis an den Morgen und lass uns die Liebe genießen, denn der Mann, mein Mann, ist nicht daheim. Er ist auf eine weite Reise gegangen. Er hat den Geldbeutel mit sich genommen. Er wird erst zum Vollmond wieder heimkommen. Eine interessante Situation wird hier beschrieben. Eine Frau, die scheinbar religiös ist. Die hat also Opfer gebracht. Und dann begibt sie sich auf den Weg des Ehebruchs. Und dieser törichte junge Mann lässt sich von ihr bezaubern, sozusagen. Es heißt dann, Vers 21, sie überwindet ihn mit vielen Worten und gewinnt ihn mit ihrem glatten Munde. Erfolge ihr alsbald nach, wie ein Stier zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Hirsch, der ins Netz rennt, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel zur Schlinge eilt und weiß nicht, dass es das Leben gilt. Es hört sich nicht so an, als ob das in Gottes Augen total in Ordnung sei. Ehebruch zu betreiben. Wenn ich manchmal so die Schlagzeilen lese über Affären in Hollywood oder jetzt auch in Deutschland. Ich will da gar nicht unbedingt jetzt die Prominenten anführen und namentlich nennen. Eine Ehe nach der anderen. Man fragt sich, wenn dann wieder eine neue Ehe geschlossen wird, ja wie lange hält die dann? Und dann hört man über außerehrliche Beziehungen und dann bricht die Ehe auseinander. Das ist eine Schande. In Gottes Augen. Das ist etwas, was absolut total unrichtig ist. Und wir jungen Leute, und ich fühle mich auch noch jung in dem Maße, aber wir sollten nicht irgendwie das als Vorbild nehmen und meinen, ja wenn die das können, dann können wir das auch. Wenn die das so tun, dann sollten wir das auch tun. Oder ich habe jetzt kürzlich eine Sendung gebracht, die auf Posten stehen über die Love Parade. Sodoms Love Parade ist der Titel. Und natürlich sind da Leute, die das absolut nicht akzeptieren, was ich da gesagt habe. Und die meinen, da ist an sich gar nichts Schlechtes dabei, sich in einer solchen Umgebung aufzuhalten, selbst wenn man da nicht unbedingt an diesen Aktivitäten teilnimmt, die da praktiziert werden von einigen. Das ist Unfug. Das ist Kurzsichtigkeit. Das ist wie dieser Stier, der zur Schlachtbank geführt wird. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Ich meine, das ist ein Ausdruck, den wir alle bereits schon vielfach gehört haben. Wir sollten uns das zu Herzen nehmen. Nun kehren wir zum Buch der Sprüche zurück und lesen wir Kapitel 11 und in Vers 16. Sprüche 11 und Vers 16. Da heißt es hier in der Lutherbibel, ein holdseliges Weib erlangt Ehre. Aber eine Schande ist ein Weib, das Redlichkeit hasst. Man kann das auch ein wenig anders übersetzen. Die Mengebibel schreibt für holzselig ein liebenswürdiges Weib oder eine liebenswürdige Frau. Und dann anstelle zu sagen erlangt Ehre, kann auch übersetzt werden behält ihre Ehre. Also eine liebenswürdige Frau behält ihre Ehre. Und wenn es dann heißt, eine Schande ist ein Weib, das Redlichkeit hasst, dann kann das auch übersetzt werden, dass es zur Schande führt, wenn eine Frau die Redlichkeit hasst. Mit anderen Worten, die Strafe folgt auf dem Fuße. Es geht darum, seine Ehre zu behalten. Nun, das bezieht sich auch ganz buchstäblich auf die Situation innerhalb der Ehe. Eine Frau, die Ehebruch betreibt, behält ihre Ehre eben nicht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Mann. Lesen wir Kapitel 12, Sprüche 12 und Vers 4. Eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone. Schauen Sie, eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone, aber eine schandbare, oder man kann auch sagen, jemand, der schandbar handelt, ist wie Eiter in seinen Gebeinen. Also eine Krankheit. Es ist für einen Mann eine absolute Krankheit, eine Frau zu haben, die laufend schandbar handelt. Aber wenn sie sich in richtiger Weise verhält, ist es eine Krone für ihn. Und dadurch wird sein Erfolg dann auch natürlich mitgestattet und mitgebracht. Ein schönes Weib ohne Zucht oder man kann auch sagen ohne Sitzsamkeit oder ohne Feingefühl. Ein schönes Weib ohne Feingefühl, ohne Sitzsamkeit, ohne Zucht ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring durch die Nase. Schauen Sie, das passt nicht zusammen. Man hat hier ein Schwein, das wühlt sich im Dreck und dann gibt man diesem Schwein einen goldenen Ring in die Nase. Das ist überflüssig, das hat keinen Wert. Und so ist also auch die Frau, wenn sie schön ist, gleichwohl, wenn sie voller oder ohne Sitzsamkeit ist, ohne Feingefühl, das passt nicht zusammen. Und hier wird auch gesagt, dass eben eine schöne Frau alleine nicht genügt. Es geht darum, wie ihr Charakter aussieht. Etwas, was im Neuen Testament natürlich vielfach noch dann zum Ausdruck kommt. In Kapitel 12, Sprüche 12 und Vers 4. Ja, das hatten wir gerade eben schon gelesen. Gehen wir jetzt zu Sprüche 14 und Vers 1. Da heißt es, die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, aber ihre Torheit reißt es nieder mit eigenen Händen. Nun, alles dies sind Stellen, die man auch auf den Sex in der Ehe beziehen kann. Schauen Sie, wenn man eben sich auf richtige Weise verhält, dann baut man damit auch die Ehe, dann erhält man die Ehe. Wenn man sich auf falsche Weise verhält, mit Torheit handelt, dann reißt man die Ehe nieder, reißt sie in zwei. Und so lesen wir auch in Kapitel 15, Sprüche 15 und Vers 17. Denn eine Ehe ist ja nicht nur da wegen des Sex. Ich meine, das muss man auch verstehen. Es geht um das gesamte Bild. Wie sieht die Ehebeziehung aus zwischen Mann und Frau? In einer ständigen Weise. Und hier wird wiederum gewarnt, dass man eben sich nicht falsch verhalten darf. In Sprüche 15 und Vers 17. 17, Sprüche 15 und Vers 17. Besser ein Gericht Kraut mit Liebe, als ein gemästeter Ochse mit Hass. Also wenn laufend Zwistigkeiten bestehen innerhalb einer Ehe, dann kann man nicht meinen, dass wenn man dann sexuelle Beziehungen hat, dann alles wird dann besser. Diese Dinge müssen Hand in Hand gehen. Das eine ist ohne das andere nicht vorstellbar. Und bringt auch keinen Erfolg. Lesen wir Kapitel 19 im Buch der Sprüche. Sprüche 19, die Verse 13 und 14. Sprüche 19, die Verse 13 und 14. Da heißt es, ein törichter Sohn ist seines Vaters Herzeleid. Ein zänkisches Weib ist wie ein ständig triefendes Dach. Es heißt dann in Vers 14, Haus und Habe vererben die Eltern. Aber eine verständige Ehefrau kommt vom Herrn. Schauen Sie, hier werden zwei verschiedene Arten von Frauen dargestellt. Das eine ist eine zänkische Frau, die also laufend nörgelt, laufend zank anstiftet. Gott sagt hier, die ist weint ständig triefendes Dach. Wenn es regnet, es kommen laufend die Wassertropfen herunter. Im Gegensatz dazu eine verständige Frau, die auch versteht, wie sie sich verhalten muss innerhalb der Ehe. Die ist ein Geschenk Gottes an den Mann. Schauen Sie, wir alle können zu verständigen Menschen werden. Wir alle können den Zank ablegen, das ständige Nörgeln ablegen. Dass wir eben nicht so sind wie dieses ständig triefende Dach, das einen dann letztendlich zur Verzweiflung bringt. Die Elberfelder Bibel schreibt hier, die Zänkereien einer Frau sind wie ein ständig triefendes Dach. Lesen wir auch in Kapitel 21, Sprüche 21 und Vers 9. Was ähnliches wird hier zum Ausdruck gebracht. Das heißt, besser im Winkel auf dem Dach wohnen, als mit einem zänkischen Weibel zusammen in einem Hause. Also auch hier wiederum die Warnung, dass man sich eben auf richtige Weise behalten muss. Und das gilt jetzt nicht nur für die Frau. Das gilt in gleicher Weise für den Mann. Wenn der Mann laufend herumzankt, dann ist das auch natürlich kein Rezept für eine glückliche Ehe. Und wie ich sagte, wenn dann sexuelle Beziehungen gefordert werden oder auch erbracht werden, bringt das trotzdem keinen Erfolg, wenn die Situation so ist, wie sie hier beschrieben steht, wie sie nicht sein sollte. Lesen wir auch in Kapitel 30, Sprüche 30 und in Vers 20. Sprüche, Kapitel 30 und Vers 20. Hier wird wiederum eine Warnung ausgesprochen. Eine Warnung vor dem Ehebruch. Und es wird aber auch gesagt, wenn jemand, der sich dem Ehebruch ergeben hat, wie der dann manchmal sich verhält. Es geht nämlich dann darum, dass man sein Gewissen irgendwie tötet oder stumm macht. Und meint, man könne ja ruhig so leben, wie das heute viele, viele Menschen denken. Aber schauen Sie, was hier gesagt wird. Sprüche 30 und Vers 20. So ist der Weg der Ehebrecherin. Sie verschlingt und wischt sich den Mund und spricht, ich habe nichts Böses getan. Sie denkt, sie kann ruhig so leben. Es ist nichts Schlimmes dran, so zu leben. Es ist der Weg der Ehebrecherin. Die hat bereits schon eine solche Mentalität entwickelt in ihrem Leben, dass sie nicht mehr erkennt, dass das Böse ist, was sie tut. Aber natürlich mit Gottes Hilfe, der einem die Reue gibt, wenn man sie will, und wenn man sie annehmen will, kann man seinen Sinn ändern. Und dann auch sein Leben. Lesen wir Kapitel 31, die Verse 10 und 11. Hier wiederum der Kontrast. Gerade lasen wir von dem Weg der Ehebrecherin. So soll unser Weg eben nicht aussehen. Jetzt in Vers 10. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, oder wer eine solche tüchtige Frau von Gott erhalten hat, wir lasen ja, das ist ein Geschenk Gottes. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, der ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Also diese Frau ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Ihres Mannesherz darf sich auf sie verlassen. Und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Und dann wird hier beschrieben, wie die tüchtige Frau arbeitet, um eben dann Nahrung herbeizuschaffen. So sollte es sein. So ist es vielfach heute nicht. Aber die Bibel macht uns deutlich, wie eine Ehe aussehen sollte. Und wie die Ehepartner sich verhalten sollten. Nun, wenn wir uns an das Neue Testament wenden, dann werden wir zunächst einmal eingeführt in das Leben von Maria und Josef. In Matthäus Kapitel 1. Da lesen wir über zwei gerechte Menschen. Und wir lesen aber auch, wie die sich verhalten. Im Falle eines angeblichen Ehebruchs. Denn wie wir jetzt sehen werden, hatte der Josef gemeint, die Maria habe Ehebruch begangen. In Matthäus Kapitel 1 lesen wir die Verse 18 und 19. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war. Und ich hatte dies bereits erklärt in den letzten Sendungen. Das Vertrautsein war mehr als nur eine Verlobung. Es war dies ein vertraglich zugesichertes Eheversprechen. Es waren also bereits schon Eheverbindungen eingegangen. Nur wurde die Ehe noch nicht durchgeführt. Das geschah dann erst bei der Hochzeitsnacht. Also jetzt im physischen Sinne. Die lebten also noch nicht zusammen, aber die waren bereits als Mann und Frau angesehen. Also als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, da fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, schauen Sie, die waren bereits Mann und Frau. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen. Gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Also Josef wollte nicht weiter mit einer Frau leben, die, wie er meinte, Ehebruch begangen hatte. Aber er wollte sie auch nicht zu einem öffentlichen Spektakel machen. Und er wollte sie daher heimlich verlassen. Nun, wie die Geschichte weitergeht, geht es jetzt darum, dass ihm dann gesagt wurde, verlasse seine Frau nicht, denn sie ist vom Heiligen Geist schwanger und sie wird Jesus Christus gebären. Die Sitten damals waren für fromme Menschen weitaus strenger, waren sie nicht weitaus strenger als heute. Nun, wenn Josef, ich meine, es heißt jetzt nicht unbedingt, dass, wenn Josef trotzdem seine Frau Maria dann zur Frau genommen hätte, dass das jetzt verkehrt gewesen wäre, aber wir sehen hier doch, wie Josef dachte. Worauf ich hier ansprechen möchte, ist, dass Josef als frommer Mann seine Frau nicht in Schande bringen wollte, obwohl sie, wie er meinte, schwer gegen ihn gesündigt hatte. Auch das ist etwas, worüber wir uns Gedanken machen müssen, wenn wir in eine Situation gelangen, wo scheinbar große Sünde vorliegt. Wie verhalten wir uns gegenüber dieser Sünde, gegenüber dem Menschen, den wir lieben? Nun, wir lesen in Vers 25, dass er sie nicht berührte, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Der Befelderbibel schreibt hier, er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und die Mengebibel schreibt, er verkehrte nicht ehrlich mit ihr, bis sie einen Sohn gebar. Aber offensichtlich hat er dann mit ihr ehelich verkehrt. Natürlich hat er dies. Teil der Ehe ist sexuelle Beziehung. Die Idee, dass Maria das ganze Leben hindurch eine Jungfrau geblieben sei, ist absolut total verkehrt. Nirgendwo in der Bibel wird dies zum Ausdruck gebracht. Nein, Josef verkehrte mit ihr, wurde ein Fleisch mit ihr, sexuell. Und Maria hat dann weitere Kinder hervorgebracht, wie das auch in vielen Stellen der Bibel zum Ausdruck kommt. Lesen wir Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5, angefangen in Vers 27. Hier wird das erwähnt, wovon ich eben schon sprach. Christus sagt, ihr habt gehört, das gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, also in seinem Herzen bereits schon einen Ehebruch will, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Andere Übersetzungen haben hier, und die Parallelstellen auch in anderen Evangelien haben hier, wer sie ansieht mit bösen Gedanken. Bösen Gedanken, also mit lustvollen Gedanken, mit Gedanken, dass man mit dieser Frau die Ehe brechen könnte oder sollte oder wünschte. Und Christus sagt, wenn das der Fall ist, wenn dann die Gegebenheiten vorliegen würden, dann würde das auch geschehen. Also er sagt, lasst euch erst gar nicht auf solche Gedankenvorstellungen ein. Und er fährt fortfolgende, zu sagen, in Vers 29, wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus, wirre es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle, in das Gehennafeuer geworfen werde. Das Gehennafeuer, das nicht für alle Ewigkeit jemanden foltern würde, sondern man würde im Gehennafeuer, wenn man eine solche unvergebbare Sünde begeht, weil man sie begehen will und nicht bereuen will, würde man dann verbrannt werden. Man würde ausgelöscht werden, seine Existenz würde aufhören. Und er sagt dann weiter in Vers 30, wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Viele Kommentare sagen uns, dass dies eine figurative Redewendung ist, die bedeuten soll, man soll seine Glieder nicht mehr weiter zur Sünde gebrauchen. Also es geht nicht darum, dass man die jetzt buchstäblich abhauen soll, natürlich nicht. Es geht darum, man soll aufhören zu sündigen. Man soll seine Glieder nicht mehr dazu gebrauchen, eine solche Sünde zu begehen. Mit anderen Worten, in dem Falle, wenn es sich jetzt um das Auge dreht, man soll gewisse Gewohnheiten, die man vielleicht in seinem Leben mit sich gebracht hat, abwerfen, ablegen. Man soll es nicht erlauben, überhaupt in eine solche Situation zu gelangen, dass man in eine solche Verführung gerät. Und wir werden nachher noch lesen, wie es heißt, flieht die Unzucht. Also man soll sich nicht in eine Situation begeben, wo man dann leicht in eine Unzucht hineinschlittern könnte. Flieht die Unzucht. Manchmal bedarf es einer Radikalkur. Einer Pferdekur, möchte ich einmal sagen. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon einmal erzählt. Ich weiß es nicht genau, aber ich will sie hier noch einmal zum Ausdruck bringen. Mein Vater war ein starker Raucher. Und er hatte einige Brüder. Und die starben einer nach dem anderen an Krebs, Lungenkrebs, Kehlkopfkrebs. Und der Arzt sagte meinem Vater, wenn sie so weiter rauchen, dann werden sie auch demnächst an Krebs sterben. Und ich glaube, er war 50, bin mir nicht jetzt ganz sicher, als er die letzte Zigarette rauchte. Und zwar war es gegen Mittag. Er sagte, ich habe dann an diesem Mittag die letzte Zigarette geraucht und habe den felsenfesten Entschluss gefasst, ich werde keine Zigarette, keine Zigarre, keine Pfeife mehr anrühren. Und er hat diesen Entschluss durchgeführt. Das war eine Radikalkur, eine Pferdekur. Er wurde dann auch krank und er hat dann irgendwie Tabletten nehmen müssen, das Nikotin oder der Nikotin, der bei seinem Körper war, der musste ja abgebaut werden. Aber er hat nach einer gewissen Zeit sich regeneriert. Und man sagt ja, dass ein Raucher, auch ein starker Raucher, so nach zehn Jahren oder wie viele Jahre immer, den Nikotin im Körper dann abgebaut hat. Und er hat dann noch sehr viele Jahre gelebt. Er ist mit 95 Jahren gestorben. Er hätte sicherlich 95 Jahre nicht erreicht, wenn er weiterhin so stark geraucht hätte. Ich gebe dies als Beispiel an, um zu sagen, dass man manchmal eine Radikalkur in seinem Leben durchführen muss, um falsche Gewohnheiten abzubauen, abzulegen. Das gilt zum Beispiel auch für einen Alkoholiker. Wir haben ja alle von David Hasselhoff gehört, der laufend noch weiterhin mit seinen Alkoholiker-Tendenzen kämpfen muss. Und dann hört man manchmal, dass er jetzt also nüchtern sei und dann fällt er wieder zurück in den Alkoholmissbrauch. Schauen Sie, für einen Alkoholiker, der sich vom Alkoholismus regenerieren will, der sich davon abwenden will, für den ist Alkohol Gift. Er darf sich nicht einmal in eine solche Situation bringen, wo er verführt werden könnte, Alkohol zu sich zu nehmen. Ein Glas Bier oder ein Glas Doppelkorn ist bereits schon fast Selbstmord. Es bedarf einer Radikalkur, wenn man wirklich falsche Gewohnheiten ablegen will. Und Christus sagt hier das gleiche im Hinblick auf sexuelles Verhalten. Wenn Sie eine Tendenz haben, irgendwie immer in die falsche Stufen, da in die falsche Umgebung hineinzuschlittern, dann halten Sie sich von solchen Umgebungen fern. Dass Sie erst gar nicht in die Versuchung kommen, dann wiederum Falsches zu tun. In Matthäus Kapitel 19 lesen wir angefangen in Vers 3. Schauen Sie, wenn David sich so verhalten hätte damals, als er die Bathseba sah, die sich da auf dem Dach badete, wenn er sich sofort abgewendet hätte von diesem Anblick, dann wären all die schrecklichen Konsequenzen nicht entstanden. Aber David hat sich eben nicht stark genug gefühlt, dies zu tun. Matthäus Kapitel 19, angefangen in Vers 3. Da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, dass der Mann sich aus irgendeinem Grunde von seiner Frau scheidet. Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen. Der im Anfang den Menschen geschaffen hat, der schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Auch im Hinblick auf sexuelles Verhalten, ein Fleisch. Nachher wird Paulus sagen im Korintherbrief, dass wenn wir mit einer Hure sexuellen Verkehr haben, dann sind wir ein Fleisch mit ihr. Etwas, was wir nicht tun dürfen. Aber Ehefrau und Ehemann sollen ein Fleisch sein. Vers 6, so sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und da fragten sie Vers 7. Warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Und er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, achten sie jetzt darauf, es sei denn wegen Ehebruchs. Also Christus erlaubt schon eine Ausnahme hier, in diesem Falle Ehebruchs. Im Griechischen steht das Wort Ponea. Es geht hier um falsche sexuelle Handlungen. Wer sich also von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Nun, Paulus erlaubt nachher noch eine weitere Ausnahme, und da werden wir noch darauf eingehen. Also es gibt schon Ausnahmen von dem Verbot der Ehescheidung, aber man muss sehen, dass die auch biblisch gerechtfertigt sind. Nun, Christus spricht hier von Ehen, die Gott gebunden hat. Ich hatte das auch bereits erwähnt. Er spricht nicht von Ehen, die Gott nicht gebunden hat. Es gibt zum Beispiel auch Betrug bei der Ehe. Wenn jemand sich verheiratet, ohne zum Beispiel zu sagen, dass er homosexueller ist, und nachdem eine Heirat dann stattgefunden hat, dann kommt das heraus. Und natürlich können dann und werden dann keine sexuellen Beziehungen stattfinden. Das ist Betrug vor der Ehe. Und dadurch wird natürlich auch eine Ehe nicht gültig sein in Gottes Augen, und sie kann annulliert werden. Es geht noch nicht mal darum eine Scheidung. Gott hat die Ehe gar nicht gebunden. Und es gibt andere Situationen, wo vor der Ehe Betrug herrscht, und man das nicht dem Ehepartner gegenüber offenbart, und dann nach der Hochzeitsnacht oder bei der Hochzeitsnacht kommt das dann heraus. Und Gott, wie ich sagte, bindet auch keine Ehen. Sagen wir mal, hier sind zwei Atheisten, die verheiraten sich vom Standesamt. Nun gut, in den Augen des Gesetzes sind sie verheiratet. Aber wollen wir wirklich sagen, Gott hat diese Ehe gebunden von Menschen, die gar nicht an ihn glauben? Natürlich nicht. Also es geht schon natürlich auch darum, um zu sehen, ob Gott eine Ehe gebunden hat. Und dann, wenn sie allerdings gebunden ist von Gott, gibt es nur sehr wenige Möglichkeiten, sie scheiden zu lassen. Deswegen sage ich immer wieder Ehepartnern, die eine Ehe führen, die von Gott gebunden worden ist, diese Ehe gibt bis zum Ende eures Lebens. Und ihr müsst daran arbeiten, dass die Ehe erfolgreich wird und bleibt. Und man muss in der Liebe zueinander wachsen. Und nicht gleich aufgeben wollen, wenn vielleicht etwas nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Schauen wir uns Matthäus 19 und Vers 10 an. Da sprachen seine Jünger zu ihm, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist es nicht gut zu heiraten. Denn die hatten gemeint, ja, wenn mir meine Frau nicht mehr so gefällt, dann kann ich die einfach so entlassen. Wie das heute noch in vielen muslimischen Ländern der Fall ist. Da kann der Mann die Frau aus welchen Gründen auch immer entlassen. Und so hatten die Jünger vielleicht auch gedacht, naja, also, ich kann mal ruhig die Ehe eingehen, aber wenn mir das dann nicht so passt, dann kann ich mich einfach von ihr trennen. Und Christus sagte, keineswegs, keineswegs, wenn Gott die Ehe gebunden hat, die ist für das ganze Leben gültig. Und dann sagen die, ja, dann ist es besser, erst mal gar nicht zu heiraten. Wer sprach zu ihnen, in Vers 11, dies Wort fassen nicht alle, sondern nur die, denen es gegeben ist. Ist es ihnen gegeben, meine Damen und Herren, das, was Christus jetzt sagt, zu fassen, zu begreifen? Denn er sagt, nicht alle fassen das, nicht alle erkennen das, nicht alle sind damit einverstanden, was ich jetzt sagen werde. Einige, Vers 12, sind von Geburt an zur Ehe unfähig. Einige, das sind also Menschen, die zum Beispiel, wie man so sagen möchte, als Eunuchen geboren worden sind, die keine sexuellen Beziehungen haben können. Die sind zur Ehe unfähig. Auch das zeigt wiederum, dass Sex in der Ehe eine Notwendigkeit ist. Andere sind von Menschen zur Ehe unfähig gemacht. Auch hier wiederum geht es um Menschen, die dann zu Eunuchen geworden sind. Man kennt ja diese Eunuchen, die dann bei diesen Haremsweibern oder diesen Haremsfrauen, dann eingestellt wurden, weil ja keine Gefahr bestand, dass die in irgendeiner Form etwas mit diesen Haremsfrauen hätten tun können. Und wieder andere haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht, schauen sie, um des Himmelreiches Willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Nun, was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass also jetzt katholische Priester nicht heiraten dürfen, dass also tatsächlich ein Zölibat hier gefordert ist? Keineswegs. Es geht hier um eine freiwillige Entscheidung. Aus ganz individuellen, spezifischen Gründen heraus. Schauen Sie, Jesus Christus zum Beispiel hat sich dazu entschieden, nicht zu heiraten. Und es gab da viele Gründe dafür. Christus war ja nie verheiratet. Die Idee, dass er da angeblich mit Maria Magdalena verheiratet gewesen sein soll, sind ja Unfug. Wird ja nirgendwo in der Bibel gesagt. Er wusste, dass er eines frühen Todes sterben würde. Er wusste, dass er sogar in diesem Falle seine Mutter, dem Johannes, anvertrauen musste, weil er eben nicht mehr in der Lage sein würde, für sie einzustehen, sie zu verpflegen, sie zu versorgen. Er wusste dies. Wir lesen, dass zum Beispiel Paulus nicht verheiratet war, nachdem er bekehrt wurde. Nun, Paulus war ein Pharisäer. Was bedeutet, dass er verheiratet gewesen sein muss? Aber scheinbar ist es so, dass seine Frau in frühen Jahren gestorben ist. Und als dann Paulus bekehrt wurde, hat er sich dann dazu entschlossen, freiwillig nicht sich zu verheiraten. Und er beschreibt dies auch im ersten Korintherbrief, warum er dies tat. Aber wie gesagt, das waren freiwillige Entscheidungen. Wir lesen zum Beispiel, dass Maria, die Mutter Jesu Christi, nachdem Josef gestorben ist, und scheinbar auch noch in jüngeren Jahren von Maria, Maria hat ja dann auch nicht mehr erneut geheiratet. Das waren also freiwillige Entscheidungen. Sie hätte ohne weiteres neu heiraten können. Aber es geht hier um eine freiwillige Entscheidung. Es geht nicht darum, dass die Ehe in irgendeiner Form nur eine zweite Rolle spielen sollte im Leben. Es geht hier darum, nicht jeder muss unbedingt heiraten, aber es geht um des Himmelreiches Willen, um des Reiches Gottes Willen. Es geht darum, wenn man zum Beispiel, es gibt Prediger, die wussten, dass sie viele Reisen haben unternehmen müssen, und es wäre dann sehr schwierig geworden, für sie eine Frau bei sich zu haben, aber andere haben es doch getan. Petrus zum Beispiel war verheiratet. Und Paulus sagt, Petrus hat seine Frau auf seiner Reisen mitgenommen. Die Idee, dass Petrus nicht verheiratet gewesen sei, ist auch totaler Unfug. Steht auch nirgendwo in der Bibel. Das Gegenteil wird in der Bibel zum Ausdruck gebracht. Also diese Stelle sagt ja keineswegs, dass das Zölibat etwas ist, was wir irgendwie umarmen müssen, dass wir also akzeptieren müssen. Das Zölibat oder der Zölibat ist total verkehrt. Steht nirgendwo in der Bibel als etwas, was irgendwie dann in Anwendung gebracht werden sollte. Schauen wir uns nun eine Stelle im Johannesbrief an. Johannes Kapitel 8, angefangen in Vers 3. Nun diese Stelle haben wir bereits schon behandelt. Es geht hier darum, dass eine Frau, die im Ehebuch ertappt wurde, angeblich, vor Christus gebracht wurde, und Christus sollte versucht werden. Und man sagte ihm, ja, Moses hat uns geboten, diese Frau zu steinigen, und was sagst du? Und Christus hat natürlich gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Er hat dann auf den Boden geschrieben. Und als dann die Pharisäer und die anderen, die diese Frau Christus gegenüber gebracht hatten, erkannten, dass sie nicht ohne Sünde waren, dann gingen sie fort. Und Christus sagte dann zu ihr nachher, ich verurteile dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Nun, die Frage, die immer wieder auftaucht, ist ja, was hat Christus jetzt auf den Boden geschrieben? Und wie gesagt, ja, Spekulationen sind da viele. Aber es gibt eine interessante Stelle, die ich hier kurz anwenden möchte. Und zwar in Jeremia, Kapitel 17. Jeremia, Kapitel 17. Und in Vers 13. Jeremia, Kapitel 17. Nur als Überlegung, als Überlegung gedacht, hat Christus vielleicht die Namen der Pharisäer, die vor ihm standen, auf die Erde geschrieben, um denen zu zeigen, ihr seid abtrünnig von Gott. Ihr seid nicht ohne Sünde, ihr seid hier, um mich zu verführen, um mich zu versuchen. Und die erkannten dies. Und sind dann einer nach dem anderen fortgegangen. Vielleicht hat er auch geschrieben, wo ist der Mann? Denn letztendlich war ja das Geburt des Mose das, dass sowohl Mann als auch Frau, die im Ehebruch ertappt worden waren, hingerichtet werden sollten. Und der Mann war nicht da. Möglicherweise ein prominenter Mann. Es ging ja den Pharisäern auch gar nicht darum, die Frauen in dieser Weise zu bestrafen. Es ging darum, Christus zu versuchen. Aber kehren wir zu einer Stelle jetzt in Hebräer 13 zurück, im Hinblick auf die Tatsache, dass zum Beispiel Ehe nicht, dass die Ehe nicht in irgendeiner Form eine zweitklassige Institution sei, irgendwie mit Schmutz befleckt sei, dass Sex in der Ehe irgendwie verderblich sei, dass man daher das Zölibat oder den Zölibat aufrechterhalten muss. In Hebräer Kapitel 13 lesen wir folgende Stelle in Vers 4. Hebräer Kapitel 13 in Vers 4. Da schreibt Luther, Die Ehe soll in Ehren gehalten werden, bei allen, und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Nun, interessant ist, dass im Griechischen das nicht so ganz genau hier steht. Im Griechischen, und ich lese das jetzt mal Wort für Wort vor, wie das hier geschrieben steht. Ehrbar, Ehe in allem, und das Bett unbefleckt. Also es ist deutlich, das Verb steht im Urtext gar nicht. Und jetzt ging es den Übersetzern darum, das Verb zu ergänzen. Und so haben viele übersetzt, die Ehe soll in allem ehrbar sein. Aber andere Übersetzungen schreiben zum Beispiel, die Ehe ist ehrbar. Denn ob das Wort jetzt soll ist oder ist ist im Hebräischen, bleibt ja den Übersetzern überlassen. Und so schreibt zum Beispiel die autorisierte Version im Englischen, die Ehe ist ehrbar bei allen und das Ehebett unbefleckt. Also eine Aussage, dass die Ehe ehrbar ist, dass sie nicht verwerflich ist und auch die Aussage, dass das Ehebett unbefleckt ist. Und ich glaube ja nicht, dass ich Ihnen erklären muss, was damit gemeint ist, wenn das Ehebett unbefleckt ist. Es geht darum, dass man auf dem Ehebett sexuelle Beziehungen haben kann, die in Gottes Augen unbefleckt sind, solange wie sie in der Ehe stattfinden. Andere Übersetzungen haben hier, die Ehe muss von allen geehrt werden. Also auch von denen, die sagen, die Ehe sei in irgendeiner Form befleckt. Nein, die Ehe muss von allen geehrt werden. Eine Anforderung Gottes. Schauen wir uns nun kurz eine Stelle in der Apostelgeschichte an, in Kapitel 5. Apostelgeschichte, Kapitel 5. Und hier wiederum wird ein Kontrast zum Ausdruck gebracht. Zunächst einmal ein Kontrast von einer Ehe, wo sich beide Eheleute dazu verschworen haben, etwas Falsches zu tun. Wer der treibende Ansporn war, weiß man hier nicht. Die haben beide sich entschieden, etwas Falsches zu tun. Und Gott zeigt uns dies als eine Warnung. Apostelgeschichte 5, angefangen in Vers 1. Ein Mann mit Namen Hananias samt seiner Frau Saphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück. Also scheinbar war es doch der Mann, aber die Frau wusste davon. Und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Warum hat er das überhaupt getan? Es war keine Verpflichtung, dass man irgendwie einen Acker verkaufte und das Geld den Aposteln gab. Er wollte hier als sehr gerecht erscheinen. Und Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Denn der kam und sagte, hier, das ist das Geld, was ich für den Acker erhalten habe, aber er hat in Wirklichkeit mehr erhalten, hat aber nur einen Teil abgeführt. Nicht, dass da eine Verpflichtung bestand, aber er hat er gelogen. Und so sagt Petrus hier in Vers 4, hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest. Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest. Darum ging es ja nicht. Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Sie, vielfach meint man, wenn man Menschen belügt, ja, das ist dann halt nur eine Lüge einem Menschen gegenüber. Aber Gott sieht das ganz anders. Gott sieht ja alles das, was wir tun. Christus sagt, der Zeitpunkt wird kommen, wo wir für jedes falsche Wort, was wir gesprochen haben, Rechenschaft ablegen müssen, wenn wir vor Gottes Thron stehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir heute, wenn wir erkennen, dass wir gelogen haben, bereuen, so dass wir nicht mehr Rechenschaft ablegen müssen, wenn wir vor Gottes Thron stehen, denn damit die Sünden dann bereits schon vergeben sind. Vers 5 Und als Hananias diese Worte hörte, da fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Warum eine große Furcht? Weil viele vielleicht auch damals schon gedacht hatten, das ist ja keine große Sache, wenn wir lügen. Das ist ja irgendwie anerkennenswert, oder man kann das ruhig rechtfertigen, aber Gott hatte hier deutlich gezeigt, dass es nicht etwas, womit er einverstanden ist. Und da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es begehrt sich nach einer Weile, etwa nach drei Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Und sie sprach, ja, für diesen Preis. Und Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und zugleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Und da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Schauen Sie, das waren Menschen, die von sich vorgaben, Christen zu sein. Das waren Menschen, die von sich vorgaben, dass Gottes Geist in ihnen wohnte. Und die kamen überein, die Apostel hier zu belügen, aber in Wirklichkeit belogen sie den Heiligen Geist, belogen sie Gott. Hier ist ein Beispiel, wo also Mann und Frau übereingekommen sind, etwas Falsches zu tun. Und auch heute soll uns dies als Warnung dienen. Eine Frau darf niemals ihrem Mann auf falschen Wegen folgen. Und eine Frau darf niemals ihrem Mann auf falschen Wegen folgen. Eine solche Idee ist eine falsch verstandene Loyalität innerhalb der Ehe. Das darf nie geschehen. Aber schauen wir uns zum Abschluss jetzt ein Beispiel an, wo Ehefrau und Ehemann zusammengearbeitet haben für das Gute. Und so sollte es bei uns sein, heute. In Apostelgeschichte, Kapitel 18. Apostelgeschichte, Kapitel 18. Und die Verse 24 bis 28. Und bevor ich dies lese, möchte ich kurz noch eine Bemerkung machen über meine Frau, die hier vor mir sitzt. Als damals Änderungen in der Kirche stattfanden und einige von Ihnen wissen ja darum, wo also jetzt auf einmal falsche Dinge gelehrt wurden und viele, die in der Kirche waren, in Anführungszeichen, die sprangen da drauf wie auf einen Wagen und sind da mitgefahren. Unabhängig voneinander war es sowohl für meine Frau als für mich niemals eine Frage, dass wir diesen falschen Lehren folgen sollten. Wir waren zu sehr verankert, zu sehr verwurzelt in der Wahrheit. Warum? Weil wir die Wahrheit geprüft hatten. Weil wir wussten, was die Bibel lehrt. Und weil wir sehen konnten, dass das, was nun gelehrt wurde, falsch war. Bei wie vielen war das nicht der Fall? Bei wie vielen war es so, dass der Mann oder die Frau diese falschen Lehren akzeptierten und der andere Teil hat sich dann mittreiben lassen? Das darf nicht geschehen. Wenn sie verheiratet sind und sagen wir mal, ihr Ehepartner wendet sich auf einmal jetzt von der Wahrheit ab, lassen sie sich nicht dazu verleiten, es ebenfalls zu tun. Sie haben eine Verantwortung vor Gott, die größer ist als gegenüber jeden anderen Menschen. Aber schauen wir hier uns ein Beispiel an in Apostelgeschichte 18, wie es sein kann, wie es sein sollte in einer christlichen Ehe. Apostelgeschichte 18 und Vers 24. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein berätter Mann und gelehrt in der Schrift. Also ein berätter Mann, also jemand, der gut reden konnte und gelehrt in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Also der wusste noch gar nicht davon, dass man getauft werden muss, um den Heiligen Geist zu erlangen. Johannes hatte ja lediglich die Taufe zur Reue gelehrt. Aber diese Taufe zur Reue hat einem noch nicht den Heiligen Geist verliehen. Der wurde ja erst, in der Apostelgeschichte, Kapitel 2 wird das beschrieben, zur Zeit des Pfingstfestes gegeben und heute müssen wir uns taufen lassen im Namen Jesu Christi, um den Heiligen Geist zu erlangen. Nachdem wir bereut haben, nachdem wir unsere Sünden bereut haben, nachdem wir bereut haben, was wir sind. Denn Paulus sagt ja, ich weiß, dass in mir und meinem Fleische von mir aus gesehen nichts Gutes wohnt. Gott in uns macht uns gut. Und wir müssen also die Natur Gottes in uns entwickeln lassen. Aber das können wir nur dann, wenn wir getauft sind, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben. Wenn wir aufrichtig bereut haben, das bereut haben, was wir Falsches getan haben in unserem Leben, unsere falsche Lebensweise. Aber dieser Jude Apollos, der wusste noch nichts von der Taufe mit dem Heiligen Geist. Der kannte nur die Taufe des Johannes. Vers 26. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Und als ihn Aquila und Priscilla, also hier ein Ehepaar, als die ihn hörten, dann nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Ein wunderbares Beispiel eines christlichen Ehepaares, die auf richtige Weise diesem Mann hier die Wahrheit näher brachten. Die haben ihn nicht öffentlich in der Synagoge verurteilt oder große Diskussionen angefangen mit ihm. Sie nahmen ihn im privaten Bereich zu sich und haben dann ganz privat mit ihm über diese Dinge gesprochen. Und dieser Apollos hatte die richtige Einstellung scheinbar und hat diese Wahrheit dann auch akzeptiert. Schauen Sie diesen Vergleich zwischen dem Ehepaar zur Zeit von Petrus, die darin übereingekommen waren, zu lügen. Beide. Und hier ein Ehepaar, das darin übereingekommen war, anderen zu helfen, den Weg Gottes besser zu verstehen. Wenn Sie ein christliches Ehepaar sind, in welche Kategorie fallen Sie? Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit in Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Das war's für eine Predigt der Kirche. Vielen Dank.